Die Bandscooter muss leider für immer Abschied von einem Crewmitglied nehmen. Buckleiner Sepp wurde ganz plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen. Der Schock sitzt immer noch tief. Die Bandscooter, bestehend aus H.P. Baxter, 60, J.Frog, 48, und Mark Blue, 24, trauert um ein Crewmitglied. Auf ihrer Instagram-Seite melden sie sich mit einem tragischen Statement zu Wort. Trauriger Abschied von Buckleiner Sepp Einige von euch haben bereits auf dem Seaside und Samadis Festival mitbekommen, dass inmitten unserer Crew ein tragischer Vorfall stattgefunden hat. Plötzlich und völlig unerwartet wurde unser großartiger Buckleiner Sepp aus dem Leben gerissen, schreibt die Band. Und weiter, unsere Crew und wir selbst sind schockiert, erschüttert und tief getroffen. Unser Mitgefühl und herzliches Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahe standen. Um Vorfälle dieser Art präventiv zu vermeiden, verweisen die Jungs außerdem auf die Herzstiftung aufmerksam. Sepp, wir werden dich in unseren Herzen mit uns tragen, heißt es zum Schluss. Diesen Schock müssen die Band und alle Crewmitglieder erst einmal verdauen. Auch die Fans sind schockiert. Unter dem Beitrag der Band häufen sich bereits die Beileidsbekundungen der schockierten Fans. Mein Beileid an die Hinterbliebenen und viel Kraft für die bevorstehende Zeit. Ruhe in Frieden Er war Teil von etwas Großartigem und hat damit ein Vermächtnis hinterlassen, das ihn glücklich gemacht hätte. Mein Mitgefühl an die Family und Ruhe in Frieden Eine traurige Nachricht Den Hinterbliebenen, Bekannten, Freunden und Kollegen alles erdenklich Gute und Durchhaltevermögen Man kann den Hinterbliebenen in dieser schwierigen Zeit nur viel Kraft wünschen. ... ... ...